Seedlmeier 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 Grüß Gott und Servus! Mein Name ist Sebastian Seedlmeier von Seedlmeier Immobilien. Ich bin heute mit Ihnen auf der Baustelle in Gilchengeisenbrunn. Da entstehen superschöne und exklusive Doppelhaushälften und zwei Einfamilienhäuser. Kommen Sie doch mit, ich zeige es Ihnen! Wir machen diese heute mit, du bist Sie die Kryptein zum Aufmerksamkeit. Wir machen sie mit夜isch und sperren. Und wir machen sie mit Ihnen jetzt aus, den Sie die Kryptein. Wir machen sie mit zwei Einfamilien. Wir machen sie mit resemblingem Klara, die Sie die Kryptein. Wir machen sie mit ihnen. Wir machen sie mit einem Einfamilien. Wir machen sie mit zehn Tagen. Wir machen sie mit sûre, und wir mussten die Klara. Kita Klara. Untertitelung des ZDF für funk, 2017